Herzlich Willkommen hier auf NoQuadra und ich hab Lags des Todes, jawoll. Ja, hat man geil. 527 ms des Todes, Pascal macht einfach, joint einfach in die Aufnahme. Bitte geh dich vergraben. Ey Andre, hast du gelesen? Was? Hast du gelesen, Andre? Andre, er sagt was? Hallo, man nervt nicht. Oh, nervt du nicht. Was soll ich wo gelesen haben? Was? Der Niklas, stell mir alle vor. Ja, hallo, ich bin ja Niklas, du kennst mich. Dann ist David, der hier die Co-Aufnahme macht. Machst du? Ja, mach ich. Okay, als Oriana Midlane, ich bin mit meinem Rango Jungle. Ich bin dabei jetzt auch mit dem Max, der Tibo spielt und sich bitte vergraben geht. Ja, Pascal geht klar. Andre als Leona. Sehr gut. Der gerne mit Pascal redet. Und hier ein neuer, ein neues Gesicht. Random Vayne. Ohne Namen. André macht das auch mal dieses Zeichen, das können nur die coolen Kits. Wie macht man das eigentlich? Ist ja sehr gut. So, ich dachte immer Steuerung 9. Deswegen ging das bei mir nie. Ach, in dem Lied heißt es cool Kits. Was singst du denn? Das hab ich nie verstanden. Sie teilt doch auch cool Kits. Ich wusste nicht mal wie das Lied heißt, Alter. Ich hab immer Bullshit über sowas verstanden. Und hier leicht und gut geht. Ich hab immer gut gesehen. Ich hab immer gesehen, hier ist Aufnahme. Ich bin nicht. Aber nicht. Bitte sing nicht. Sonst singe ich und das singe. Doch, komm raus. Wir machen. Nein. Wir müssen mal die Aufnahme überlöschen. Oh, so schöne Obelbank. Um, so schöne Obelbank, gestern ab. Heute bist du blank. Um, so viel blank, bis bis man. Du musst mal mitmachen. Nee. Ich könnte rücken die anderen. Weil eh nicht genug's auf dem Ding. Wieso war mir das klar? Ich hoffe, der wird sein Erl-Game nicht ausnutzen. Deswegen, normalerweise gehe ich auch immer hier in den River und mache die Kampfs. Ey, wie kriegst Wyze eigentlich dein scheiß Schild? Passive, wenn wir Fähigkeiten benutzen. Ey, das ist ja wie Ani. Oh, ich stehe dafür, dass ich so nicht komme. Doch! Ach, der Cage ist jetzt so eine Kugel, die er wirft. Nein, nicht der Cage. Der Cage ist das gleiche. Aber das ist seine Kuh, die er macht. Das, was er wirft. Das ist jetzt ein Skillschutz. Deine E ist auch so eine Kugel. Alter, ich habe mir Wyze nach dem Patch noch nie wirklich angeguckt und durchgelesen. Der ist schon von ewig her. Ich habe ihn vorher nicht gespielt und ich werde ihn noch nahe. Der wurde derzeit aber auch voll oft gespielt. Ich habe ihn vor dem Rework gespielt ein paar Mal. Aber er ist langweilig. Ich finde, der ist stinkend langweilig. Ich bin kein Gefallen in dem Stand. Er ist aber stark im Hade. Dann macht er auch Spaß. André, zurück! Ja, da kommt er nie mehr zurück. Ich dachte nur, ich kann auch helfen. Jo, 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 David, David, David! Ja, okay. Der ist auf jeden Fall. Das ist jetzt auch kein Live mehr, ey. Das war kacke. Aber danke. Sehr gut, Tom. Seid ihr beide gestorben? Ja. 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 Da hat sich auf die geworfen und da hat sich ein bisschen geändert. Einfach so random. Musst du dann gleich mal Bot? Ah ne, die haben gewartet. Kannst du trotzdem Bot kommen? Pressure. Ich bereite mich mal vor. Boah, das ist kalt. Wie kannst du ja einen Flubuff? Den ersten glaube ich sogar. Echt? Voll nervig. Ne, die ist weg. Röti, die kriegst du auch. Pass auf den Flänen auch. Why is no Flash? Hat der gerade ein Glück gehabt? Pass auf den Flänen. Die sind auf der falschen Seite. Ja, dann komm runter. Ja, die chasen doch ewig. Ja, ist richtig. Okay. Auch 9. Hart auf die Ash! Smart. Wie? Wie? Ja, egal. Wie? 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 Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie? 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 Ja, wir haben schon hier Wieso nicht? In ner Beleidigung. Welche Beleidigung? Ey, das ist egal. Wir haben schon Games mit Eugen hochgeladen. Oh scheiße! Hey, ich bin standard. Max, wie du einfach? Easy! Aber jetzt bist du tot. Ja, was soll ich machen? Lauf hoch? Dann hätte er in einer anderen Schlacht laufen müssen. Das ist alles. Ah, wie soll ich das tun? Egal, ich hab doch den Dings gekriegt. Was will man mehr? Man kann nicht alles haben, ne? So, mal gucken. Haben die Fischen hier? Nein! Fixa! Fixa! Das ist das mit der Krone. 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 Was denn? Der hat mir was in meinem Pistel laufen. Das ist doch geil. Nein! Whose head shall I take? Ok, ich muss aufhören, aggressiv zu werden, ich wollte gerade anfangen, aggro zu spielen. Oh shit, he's Lee, 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 Lee. Ich könnte unten und zu dir kommen. Toll. Da ist Morgana drin, oder? Der hat mich durch, jetzt guck mal, wie wenig Schaden ich bekomme. Ich hab hier noch gar keine Ult, Leute, ich dachte, ich bin level-up gekommen. Pass auf, ich hab's für ein F, ich hab's für ein F. Wem sagst du das? Mir. Oh, ja Niklas. David, unser Blue ist ab, ne? Ja, cool. Will ich auch haben. Ja, cool, möchte. So, gleich auf die F. Jo. Okay, Flash Out. Alter, ich läge übelt. Ja, ich krieg den. Oh, ich kann nix machen. Ich facemole gerade. WTF ist hier los. Sorry, Leona, das war einfach mega schlecht für mir. Scheiße. Oh, scheiße, ey. Ich hab grad übelst mein Keyboard geface-rollt und nix ist hier in mein Pink-Value. Der Weiz ist grad in mein... Versteh ich nicht. Was ist los? Was? Was? Ich hab grad ein Free-Drag für die... Hä? Die hab ich noch nicht gemacht. Äh? Ja? Ja, ja. Wollen wir den mal starten oder so? Ja, ich bin gleich da. Ja, lass doch mal alle auf den Link gehen und du gankst irgendwo und dann können wir die machen. Die Castillo kriegt Blue-Buff. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich glaube, sie hat aber Ulti. Oh, den hätte ich so geil töten können. Wir können Drake machen, der Lee Sin ist mega low. Ja, mach ich auch nicht. Bleib schien, bleib schien. David, das war OP. Das war ja richtig geil. Nein, White hat mich als Ulti geused. Wer kriegt Main, wer kriegt Main. Ja, aber jetzt müssen wir kurz Botlane machen. Ja, ja, wir kommen. Wunderbar. Ja, ich bin Pils, ich bin sehr low. Oh, ich bin ganz schnell. Scheiße, ich bin drin. Oh, tötet sie! Oh Gott, stell dich doch vor mich. Mann. Mein Schild war halbe Sekunde. Stellt euch doch vor mich, Mann. Machen wir trotzdem sein? Ähm, hm. Wahrscheinlich nicht. Pusht euch. Verspere ich. Okay. Machen wir den gleich. Comfort Breed Weakness. Nee. Der will uns, glaube ich, dorthin belten. Vorsicht, der Leezen kommt Bot. Jo. Der Fuller. David, ja. Hast du das gerade ernsthaft gemacht? Komm mal. Mach Tor. Schnell den Tower, dann kriegen wir den Leezen. Okay. Aber auch. Aber gut. Komm mal hoch. Oh, Insect. Hab nur keine Ult. Ja. Jetzt kann man acquaint machen. Äh, Cassius SS. Jaaa, schon die ganze Zeit. Oh ne, die fullste Fuller, scheiße. War ein bisschen blown. Warum ist dir das so okay, Alter? Du hast was verpasst, Max, sag ich doch. Der ist irgendwie stark geworden, der Chef. Seit seinem Rework. Keine Ahnung, der kann irgendwie richtig rapen. Also bot lane ist es, Achtung. Was? Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Na, egal. Wurde grad Wallchat schreiben, Leute. Achtung, passt auf, glaube ich. Nice hin. Wie schnell hat denn der Ulti wieder, Leute? Nee. Der hat ganze 20... Fuck Ulti. Leute! Wir können da rein. Weiß ich jetzt, ey. Komm mal hoch. Aber wenn du das sagst... Gib mir, gib mir das Ding! Seht weg, denkst du dich? Ja, boah, jetzt hab ich kein Leben mehr. Was? Was? Wie nix ging, Alter? Todesstun seit 20 Jahren, Alter! Mein Gott! Ah, ich hab den Kay nicht mehr bekommen. Alter, Morgana-Stun, ne? Ewigkeiten. Ja. Ah. Läuft doch eigentlich. Toppusht, Max? Ja. Das ist... Ich lebe. Wo sind die alle? Ähm... Morgana war weg, da kommt Ash. Die Sin und ich weiß, sie waren tot. Okay. Morgana hat alles raus. Achtung, pass auf. Den Torhärchen, wenn ich machen kann. Oh. Oh. Bis dahin kann ich. Ja. Ja. Jetzt irgendwann... Irgendwie noch nicht. Ach, shit! Oh, die... Mann! Jawoll, Team. Ach, Mann. Wieso? Lol. Wer hat ihn wieder mit den Stuben gemacht? Wer sitzt da? Gerol? Ja! Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab noch nicht gesehen. Lo... LOL. What? Lo... Lol David, ich liebe dich! David! Ich bist der Geilste. Du hättest, ey. Bluebopp ist da, ne? Ja... Das war mein Gott, Alter! Ich bin der dümmste Idiot dieser Welt. David... Aha. Oh... Ich vergesse immer wieder diese Range. Ich vergesse diese Range. Könnt mal wer dann Top kommen, bitte? Ja klar, Wayne macht das. Morgana hat mich nicht zweimal die Uhr gebraucht. Digga, Feed. Die ist besser als Ash. Ich glaube, ich kriege sie trotzdem. Wir sehen keine Eidee, weil sie keinen Mahler fassen. Egal. Dann lasst ein Powerwallen. So. So. Forgana kommt drauf glaub ich. Oh, lass die Leute in den Pädchen laufen. Neu! So sind ja nicht nur Roganer. Jo, irgendwie. Kommen sie alle, alter. Da weh. Oh, das war's. Das war's. Glaube ist der war ein. Ja. Ja, der war. Und die ist auch noch Kommenanrein. Ja, einmal hin. Oh, und da sind's wahrscheinlich wieder nicht von meinen Pfing. Hahaha. Dankeschön für die Pfing. Ja! Nein! Ja, komm ich nicht daffen. Als ob sie wissen wo deine Pilze sind, ne? Ja, das ist auch schon geil. Wie geil, oder? Nein! David, das konnte ich nicht daffen. Die hat's nicht umgebracht wahrscheinlich. Ist okay. Ist okay. Cool, der ist ja bloß. Immer hinlaufen. Ich geh da weiter mit. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, ich hab Red Buff. Ich hab Red Buff, ja. Das war ganz für alle so. Hä? Wie? Wie? Ja, Moment. Wie hab ich den jetzt getötet? Break is up. Da muss ein Watt rein. Weil auch nicht. Mann, die surrendern gleich. Ähm, da kommt ein Rise. Töten, töten! Schon wieder, oh Mann, das ist ein Teufel. Okay, perfekt. Pusht mit dem dann, ne? Ey, da einer kommt. Ja, ich meine, das bleibt. Boah, Morgana stirbt bei, äh, Morgana. Ach Gott. Da waren die Bronze-Pro-Play. Hast du das gesehen? Besser Bronze als Holz. Hm. Allerdings. Oh fuck, 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 oh fuck, oh fuck. Aaaaah, wir machen was! Ich würde es nicken. Bin zu low gewesen. Ja, aber der ist so. Loil! Och Mann. Das ist, Och Mann. Was, willst du die ganze Zeit kill zu klauen, oder was? Was zu klauen? Geh drauf, Andre, die ist tot! Ich hab Ulti. Ich auch. Die ist tot. Und ihr seid tot. Boah. Ich komme. Wo gibt hier irgendwelche Viecher, Mann? Hier, Mann, hier. Oh, sorry. Gepi jetzt den Joran kill. Oh, ist okay. Ich hab mich auch wieder öklen. Ich hab die Dodgen eine Pilze dabei wieder. Geh nicht. Hat er alles gewordet, ne? Jo. Der Gegner Blue ist da. Ja. Ich geier hier ja schon. Schönes Ding, schönes Ding. Alter, das waren drei Kills innerhalb 40er Zeit. Ja? Gut. Gut Stopp, Timo. Wer ist Timo? Du bist Timo. Achso! So, Eini. Wuh! Na, Beding. Stopp! Doch, doch. Du würdest stoppen. Oh, ich doch. Nein. Oh, die Cassio! Ich will sie haben! David! Nein! Oh, Mann! Das ist easy! Okay, ich hole die Ash! Okay, ich hole die Ash! Oh, wie sie läuft! Oh, oh! Noxie versteht, du lässt die K.S. machen! Oh! Das wär's jetzt! Oh, ich sag mal krachen! Das wär voll los! ich hab nicht mal die Strecke geguckt mit der Kerne Einfach nur für Faceroid gerade Pass auf dir Fuck! Stopp da lang! Stopp nicht! Warum sein da lang? Weil da meine Strecke Nein! Crux! Ich hab den Helfer Ich glaube das du ultim Ja Oh Schade Ja die Pilze hätten mich auch nicht gerettet Max Dann wären die anderen von da gekommen Die hätten mir den Scheiß gebracht Ja toll Bringt mir auch viel in dem Moment Ja bei mir David 8-0 Yes Ich hab aber noch ne Chance ne? Also im Teamfight Und dann weiß und wo kam er 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 Und dann stell ich mich hier und nicht mal hin Instant Rappadance Noi Und Fuck sie hab ich gesehen Und Fuck Ich bin jetzt dreimal weggegangen Ne viermal Dörpuhren 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 Nein! Lass dich mit meinem Pilz laufen! Nein, mein Pilz! Och, Mann! Och, Mann! Ey, der ist noch fast so richtig! Ey, Leute! Ich dachte wir waren fertig mit denen! Das war so... ...gemein gerade! Was hast du gemacht? Der Kampf hat ihn getötet! Ohne Witz? Die Hure kriege! Die haben voll Hilfe von den... ...von den gegnerischen Dingern! Also von den Jungle Creeps! Die helfen denen voll! Kassio move top! David! Alter! Die Morgane, die fast gekriegt hätte! David, Kassio move zu dir! Ich seh's doch! Ja gut, ich komme auch! Ich droge mit ner Kuh mehr Damage als die mit der ganzen Ult! Mit der ganzen Ult? Kann da halt... Oh lol... Rise is here! Ich glaube, da wird... Ich komme! 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 Oh Gott! Das war nicht mehr schwer! Das war nicht mehr schwer! Warte, Lars! Ich gehe Tower Diven! Ein, zwei Hits! Die André ist schon ankündigt, ich geh Tower-Dive, Leute. Der Typ isst scheiße und stirbt. Was hatte sie denn vor? Guck mal, du bekommst jetzt Kills. Jetzt musst du sagen, oh ja. Oh yeah. Good job. Break it up. Ach, Scharspur. Hab ich grad noch gesehen. Ja, ich hiel mich hoch, dann mach ich den. Gott, Leute, wir machen den Motor, oder? Nein. Ha, ha. Nein. Nein. Anregel? Ja, dann komm. Anregel, rein. Oh mein, nein. Nein, Mann. Da unten. 1, 2, auf wen soll ich denn? Auf alle. Ich hab euch. Ich weiß nicht, dass hier alle zu fünften ineinander stehen. Ja, oder so. Ja, so. Äh, ich bin grad zu low. Ich komm nicht hinterher. Wollte ich eigentlich kaum ausgaben. Oh no. Bin leider zu low, dass ich hinterher komme. Ich komme. Ich komme. Legendary. Geh, Stealer, Junge. Toil. Dann save ich dich und du Geisten auch noch. Ja, hoffentlich stört's dir. Hoffentlich. Er stört dich nicht. Er darf aber verdienen. Pfff. Mit Elf. Ja. Welke Elf, das geht gar nicht mal. Übernehme ich, wenn du die Muskierst. Wie Max da einfach den Inhip macht und die Ashes nicht hat? Was soll so was? Wie weit soll ich stehen? Ich hab mich getot. Scheiß bist du tot. Ich helf dir. Komm doch zu mir, du guber Idiot. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Los! Scheiße, was? Nein! Nein! Wieder. Wieder. Wieso habe ich mich auf der Ult geflat? Ich komme, bleib da ruhig. Bleib da ruhig. David, komm. Oh. Oh. Oh Mann, ey. Scheiße, Alter. Oh Mann. Wird nach meinem Tower da unten weg. Nö. Nö. Das ist viel witziger so. Nö. Da wird einfach hier stehen, die Minions machen das. Aber wenn du den Tower hittest, hittest du das nicht. Haltig. Ich brauche Gold. Weil alle, die mit einem Hit an dem Turm bezahlt sind, kriegen dann irgendwie extra Gold. Geteilt durch, keine Ahnung, durch die Anzahl. Das gesamte ist glaube ich 100. Geld. Oh, dieser Scheiß. Morgana. Morgana ist gar nicht so schlecht, aber... Ja. Ja. Da kannst du dann immer. Hey, die Ash will die Fang ich noch. David, wollen wir das jetzt echt machen, dass wir die Aufnahmen so nebeneinander machen? Ja. Okay. Wenn du das hinkriegst. Oh Mann. Oh loil, mein Chase. Danke, David. Ich wollte nicht mehr. Oh David, jetzt hat dich ja. Geht fort, David. Ja, bitte. Da will wir die Ash instant umfallen sehen. Danke. Nein, die Ash ist ein bisschen anders, aber... Ja, sie hat geflasht, das zählt nicht. Instant ist ein bisschen was anderes, ne? Ja, sie hat... Oh... Mach. Ja, sie hat... Warte, ich... Und die Ash hat wieder was anderes. Warte, ich höre... Ich hole mir gleich eine KTU. Wie ihr da jetzt irgendwie 10 Jahre rumgestanden habt und der Tor war die KTU nicht. Ich bin tot. Hat fast Full life. Ey Leute, OP Play. OP Play! OP Play! Wuuuh! Wuuuh! Hey JJ, hast du gesehen was ich gemacht hab? Bitte gehen jetzt alles abpacken hier! Hey JJ, hast du gesehen was ich gemacht hab? Da stand ich, wenn ich hab ein Freund hier nach Krasse geht Boah, nie kriege ich ein Spiel, mein Gott! Meine Zone mal bis uns aufschluss Oh, mein Kopf war ganz gut Leckerlich Klawless Good Job Wuuuh! Ich war unsichtbar als der Nexus explodiert ist Geh nicht Doch Nein Ja, gg werde ich sagen